MDR-Doc, das sind Dokumentation und Dokumentarfilme, die unter die Haut gehen. Unsere besten Filme aus Geschichte, Natur, Gesellschaft, Wissen und, und, und. Wenn du nicht so viele Follower hast wie jemand anderes, dann gehörst du einfach nicht zum Freundeskreis. Der Kampf um die Macht bleibt nach wie vor ein gefährliches Spiel. Jetzt macht er Augen auf. Drei, eins. MDR-Doc, das sind bewegende Geschichten nah am Menschen erzählt. Jeden Mittwoch um vier gibt es hier zwei neue Filme. Und im Community-Bereich könnt ihr regelmäßig mitbestimmen, was als nächstes kommt. Abonnieren und dabei sein. dabei sein. MDR-Doc, das ist nicht wahr, ob es nicht wahr ist. Abonnieren wir es nach dem Grund. WDR-Doc, das ist nicht wahr. Abonnieren wir es nicht. Nimm ein paar Minuten.